Ohhhhhhh Der hat wegetan Hallo Freunde, herzlich willkommen auf eurem absolut lieblings Kanal für Reactions auf 13 12 16 Totally Random 2023 2 Wurde uns empfohlen Ist ein Zuschauervorschlag, ich hab keine Ahnung, ich übernehme keine Ahnung Ich liebe alles daran, toller Clip Hat mich mitgenommen Ja, ja, sehr Es hatte so viel, nur der Aufbau war ein bisschen länger, aber es hatte eigentlich genauso viel Wie der Typ, der sich die Zeltas reinzieht Ja, 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 der Aufbau war gut, der hat es noch besser gemacht, weil dann die Eskalation so wild war Und tschüss Was ist das? Was ist das? Was? Ja, süß Was ist das? Okay Was? Hm Das Produkt kenne ich noch nicht Hm Was war das wohl mal? Wie? Wie, was? Wie, was denn das? Warum ist das Fleisch da noch drin? Terry, watch this Kenneth, don't make an Ass Ich kann Ahhhh Boah, Medizinball auch noch Ah, Crossfitter, ey Einfach anders, die Leute Loll What? Geil Kontra auf dem? Nee Digger, Elon, warum hat das Tesla noch nicht? Das ist ja geil Kaufgrund für ein Auto, das macht gerne lei Noch mehr? Crazy Boah, das ist aber auch gefährlich Oh, warte, da macht das Professor in Hell so Was? Ey, 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 Mag, Mag nicht da, Mag nicht da Mag nicht da Mag, Mag, Mag nicht da Cut drinken, Mag Sie müssen Was?! Hä? Warte, da war zu viel los. Trunken ist er? Ach komm, ist doch nur ne kleine Echse? Ach, mach doch nicht so. Dieses arme Tier, Alter. Hä? Digga. What?! Too much talent! Wild. Ja, der Lärm tagsüber und tritt dann aber auch abends wirklich im Staatszyklus auf. Oh. Ohhhhh! Ahhhh! Der Wegetang. Das war auch so perfekt, also das war Timing, Alter. Okay. 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 Das Geräusch war zu gut. Das Geräusch war top. Alter, hab ich das in die Kopf gesehen. Renn um dein Leben! Renn um dein Leben! Geil! Oh nein. Your shoe be gone forever. Ja, das war's. Du brauchst ihn eh nur ohne anziehen. Jetzt kommt ein anderer Hund und klaut seinen Stuhl. Was? Ja, Slippery when wet, sag ich mal, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Die Sounds sind ein bisschen nervig, aber... Oh, das Schild will helfen. Ah ne, ist mir weg. Ich dachte, das Schild wollte dem anderen Schild helfen. Das Schild hat keinen Bock mehr. Feierabend jetzt. Hab nach Hause! Ach, wenn du schnell bist, kannst du's noch essen, Mann! Das ist aber auch dieses typische, ich geh nicht zweimal. Ich geh nicht zweimal. Die Leute reagieren aber auch nicht, Mann. Nee, das ist totale Resignation, die der eingesetzt hat. Hier, ich hab zwei Getränke mitgebracht. Fick alles andere. Ja, Mann. Essen gibt's heute nicht. Was? Warte! Marsch! Was denn geil, ey? Was war das denn? Äh? Geil! Das war auch so. Sag mir, dass du den Totenkopf auf dieselbe Art und Weise malst, seit du elf bist. Ja. Aber, weißt du, was das für mich war? Ruf mich an, Alter! Ruf mich auf dem Handy an! Ja. Genau das. Alter, er ist im Sinn, Mann. Wow! Er ist so gestresst vom Älterwerden. Erleuchtung einfach mit vier gefunden. Das war doch bestimmt übel heiß, Alter. Guck mal, es ist doch nur ne Ratte, Mann. Ist sie mit euch? Aber es ist trotzdem witzig, wie sie reagiert. Ja, stimmt. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh! Oh! Stark. Stark. Ich weiß gar nicht, ob ich das so witzig fand. Oh! Oh! Alter, die sahen richtig schlimm unfreundlich aus. Oh, fuck. Was war der Plan? Oh, 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 oh. Jesus Christ. Motherfucker, das war bitter. Hä? Alter. Es tut mir leid. Olli, so sieht's aus, wenn du mir erklärst, wie ich joggen soll. Dann ist das das Ergebnis. Dann erklär ich dir das aber noch mal besser. Nee, du sagst immer, ich darf nicht über den Hacken abrollen. Nur über die vorne. Nein, über den gesamten Fuß. Automatisch ein to run. Du sagst immer, ich darf nicht mit dem Hacken aufkommen. Du darfst dich mit dem Hacken nicht abbremsen. Ich darf nur so mit dauerhaftem Vorderantrieb. Du rollst schon mit dem ganzen Fuß ab. Aber wenn du mit dem ganzen Fuß abrollst, sieht das so aus. Aber wenn du mit dem Hacken so doll auftrittst, dann bremst du dich jedes Mal mit dem Hacken ab. Du hast gesagt, ich soll nicht über den Hacken laufen, hast du immer gesagt. Ja, genau. Du bist immer krass auf den Hacken rauf. Du meinst legit, ich soll nur mit dem vorderen Teil rauf. Nein, hab ich nie gesagt. Das hast du jetzt daraus gemacht. Weißt du, wie schnell ich jogge wegen dir. Digga, ist der etwa schnellste Ninja in der Welt. Du hast einfach drei Jahre so trainiert, als was ich so gesagt hab. Du sollst deine Geschwindigkeit nicht mit den Hacken bremsen, indem du zu steil mit dem Hacken aufkommst, sondern über den gesamten Fuß sauber abrollen. Ja, also um nochmal zu veranschaulichen, was Olli meint. Da. Genau das passiert mir dann. Autsch. So komme ich jeden Tag nach Hause. Dr. No sagt tatsächlich, soll man mit dem Mittelfuß aufkommen. Tschüss. Bin ich zu dumm zum Laufen, Onkel Edbert? Ich bin zu dumm zum Joggen. Das ist was anderes. Afel zu gut. Lalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Der kleine ... Äh. Was? So ne ... Guck. Guck. auch das hat echt wehgetan der schwanz man kann nicht weg kann sich nicht egal kann nicht weg gucken es war mal gucken wenn du das anders mit doch dass man die auf weg dann kommt was die sauer dass sie sich schminken muss alter das war ein pokémon mann auf jeden fall definitiv pokémon was das ja geil muss man einfach sagen hat mir gefallen ja hat mir auch gut gefallen jetzt jetzt wollte ich gucken ob deutsche memes die papa auf die papa stolz sind ob die besser sind als das tschüss